Mahlzeitfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ich bin hier irgendwo im Nirgendwo und will mir jetzt diesen kleinen, aber feinen Dunker angucken. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein und wenn euch das Video interessiert, dann bleibt dran. Also hier scheint es aber auch schon gebrannt zu haben. Hier dieser schöne Lüfter. Bis zum nächsten Mal. Dann gehen wir direkt mal runter. Hier scheint es aber auch schon gebrannt zu haben. So leicht. Auch ziemlich viel Müll, der hier rumliegt. Öl haben sie hier ausgekippt. Hier haben wir noch eine kleine Lüfteranlager. Also wirklich nicht so spektakulär. Das wird wahrscheinlich ein kleiner Punkt gewesen sein von der Deutschen Bahn. Wir sind ja auch hier in der Deutschen Bahnhof. Wir sind ja auch hier in der Deutschen Bahnhof. Wir sind ja auch hier in der Deutschen Bahnhof. Und hier in der Deutschen Bahnhof. Wir sind ja auch hier in der Deutschen Bahnhof. Wir sind ja auch hier in der Deutschen Bahnhof. Und hier bei der Notausstieg. Wir sind ja auch hier in der Deutschen Bahnhof. Wir sind ja auch hier in der Deutschen Bahnhof. Wir sind ja auch hier in der Deutschen Bahnhof. Und hier in der Deutschen Bahnhof. Wir sind ja auch hier in der Deutschen Bahnhof. In der Deutschen Bahnhof. So, wir sehen uns beim nächsten Anteuer. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020